Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie, The Jigies of Time. Wir sind im letzten Part im Waldtempel hier in einem krassen geheimen Level gelandet. Und wir haben auch im letzten Part einen Hinweis, glaube ich, in diesem Level bekommen, dass wir irgendwo eine geheime Wand haben, die wir wahrscheinlich aufsprengen können. So, aber die sind sowieso unbesiegbar hier, ne? War das hier? Ja, ich glaube, hier war es nicht. Okay. Hier ist erstmal scheinbar nix. Aber ist das cool, Leute, vor allem die Ansicht. Hä, voll krass. Finde ich mega. Also der Waldtempel, klar übelst krasse, schwere Rätsel, aber irgendwie auch mega geil. Ist das eine Fledermaus da? Ja. Eine Fledermaus, die durch Wände gehen kann. Und das ist doch ne... Ne Bienenwabe, oder? Ah, irgendwo ist ne Bienenwabe erschienen, okay. Schön. So, Frage, haben wir jetzt hier noch irgendwo was Unsichtbares oder so? Bienenwabe ist auf jeden Fall erschienen. Haben wir in dem Level schon mal ne Bienenwabe gefunden? Ich glaube nicht, ne? Hm, hm, hm. Okay. Links und rechts haben wir uns erstmal angeguckt. Und jetzt gehen wir mal gerade hoch. Wie geil das einfach ist. So, ein paar Eier nehmen wir mit. Die Feder nehmen wir auch mit. Dü, 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 dü. So, die zwei sind tot. Äh, ist halt blöd, dass die nur so 5 Sekunden tot bleiben. Oder nicht mal 5 Sekunden. Wir müssen jetzt halt irgendwie gucken, dass wir dieses Level wiederfinden, wo... Ähm, von dem Monitor. So, warte mal. Ich gehe erstmal links gucken. Was wir da haben. Viele Fledermäuse wieder. Fledermäuse, die irgendwie mehr aussehen, als ob das... Greifvögel wären tatsächlich. Ups. Aua. So, ist aber nicht weiter schlimm. Das Leben lassen wir hier rumliegen. Und da geht's weiter nach oben. Dü, 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 zack. Äh. Und ich checke hier immer mal die obere Wand ab. Denn irgendwo da ist das Geheimnis auf jeden Fall. Was wir gesehen haben. Die gute Fee. Ah. Hallo. Warte, ich komme gleich zu dir. Ich hole mir nur mal schnell deine goldenen Federn. Und gucke, ob hier noch irgendwelche geheimen Wände sind. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die aufspringen soll. Wir haben ja keine Bombe. Theoretisch. Ach so. Ähm. The two blue flowers in the little forest outside this dungeon. Hide a link to the past. Außerhalb dieses... Außerhalb von dem Dungeon gibt es zwei blaue... Blaue Blumen, die ein Geheimnis verbergen. Oder ein Versteck. Hit Mark Kuroko in the face with a... Peakbomb. Das wollte ich ja schon machen. You don't have to tell me twice. Das wollte ich machen. Das hat nicht geklappt. Das habe ich schon 20 Mal gemacht. Das ging nicht. Machen wir nochmal. Weil wir hatten das schon. Ignore the no entry thing on the door. Find another way in. Haben wir schon. Okay. Also blumen... Und den Black Kuroko nochmal richtig ins Gesicht bashen. Das ist unsere Aufgabe. Obwohl wir das schon 20 Mal versucht haben. Hat aber irgendwie nicht geklappt gehabt. So. Äh. Da brauchen wir einen Schlüssel. Äh. Wir haben keinen Schlüssel. Dudududududududududududududududududududdu. Okay. So, die goldene Fetermin... Ähm, gehen wir mit. Zack. Du, du, du. Die rote Braumer grad nicht. Du, 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 du. Zack. Mh, 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 mh. Ob es nicht einen Boss gibt? Das meint ihr, Leute. So. Leben? Dedeedeedeedeedeedeede. Mh. Können wir hier Steine verschieben? Gott, ey. So, weggefetzt. Können wir hier Steine verschieben, warte? Wenn ja, wie? Ey, ich bin so dumm, ich kann einfach drüber klettern. Stimmt. Oh Gott, was passiert jetzt? Oh ja, noch eine Wabe. Schön. Das heißt, wir haben hier auch beide Waben jetzt und da ist das Y. Ey, wie geil das gemacht ist. Voll geil. Sehr schön. Und wenn wir die andere Wabe gefunden haben, haben wir ein neues Leben. Das ist sehr viel wert für uns. Das ist super viel wert. Hallo. Danke. Schön. Ey, das gefällt mir richtig gut, dieses Level. Schön. Richtig geil. Also sowas kann ruhig öfter kommen, aber wir bleiben mal gespannt. Vielleicht, ne, man weiß ja nicht. Vielleicht kommt ja noch irgendwas. Man weiß ja nicht. So, Eingang sind wir irgendwo noch nicht gegangen, auf jeden Fall. Shit. So, da brauchen wir einen Schlüssel. Das müssen wir uns auch noch merken. Da, 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 da. So, hier können wir noch ein Leben mitnehmen. Die liegen ja zum Glück jetzt überall rum. Und hier war es, ne? Genau, da drüben waren wir noch nicht drinnen. Shit, ey. Skelette sind super nervig. Warum kann ich die nicht töten? Kann man die irgendwie töten? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein, ob man die irgendwie töten kann. wäre ein geiler Hinweis. So, das Kompass. Genau, hier kann ich jetzt einfach durchgehen. Das ist der Hinweis, Leute. Das ist der Hinweis vom Computer, dass ich da einfach durchgehen kann. So, kann ich das aufsammeln hier? Passiert da irgendwas, wenn ich da eine Stammvertage drauf mache? Nö. Ich glaube, das ist einfach nur, äh, der Punkt, der das markieren sollte auf dem Computer. Quasi als Hinweis, dass man hier jetzt durch die Wand gehen kann, ne? Ihr erinnert euch ja, in der letzten Folge, äh, waren wir bei den Bären in dem Zimmer. Und das ist quasi jetzt der geheime Raum. Da sind wir jetzt auch auf der anderen Seite von der Schlüsseltür, glaube ich. Ja. Ich denke so. So. Ich zerlege die trotzdem noch alle hier, die Bären. Oder Affen. Gorillas. Nennen wir sie Gorillas. So, weiter geht's. Okay. Habe ich ja jetzt gar keine Ambition, da lang zu gehen. Den einen hole ich mir wegen dem Jumbo-Schädel, aber die anderen brauche ich doch nicht. So, fertig. Warum soll ich mir die holen? Oh Gott. Wer ist der Endgegner, oder was? Der Endgegner, den ich nicht berühren darf. Interessiert er sich überhaupt für mich? So. Rein da. Und da haben wir das Finale. Geil. Und damit ein 9. Schön. Alter, guck mal, wie stark wir schon sind. Jetzt wäre es halt doch geil gewesen, wenn es hier einfach einen Exit gegeben hätte. Damit wir schnell wieder rauskommen. Aber ne. Ist hier leider nicht vorhanden. Schade. Trotzdem sehr, sehr cool. Also das hat mega Spaß gemacht. Aber leider kein Puzzleteil, ne? Oder vielleicht habe ich was verpasst. Oder kann man den besiegen? Meint ihr, wir können den besiegen? Stimmt nicht, oder? Ne. Ne, ne. Den kann man bestimmt nicht besiegen. Okay. Äh, wenn nicht, gerne mal in die Kommentare schreiben, falls man hier noch irgendwas machen kann. Ich denke aber, wir sind hier durch. Schade, dass wir kein Puzzleteil bekommen haben, auf jeden Fall. Aber war auf jeden Fall sehr, sehr geil für unser Leben. Wohl ich echt gedacht hätte, wir kriegen hier noch ein Puzzleteil. Ich war eigentlich ziemlich davon überzeugt. Wir haben auch alles untersucht, glaube ich. Wir waren überall drinnen. Aber egal. Gut. Das war schön. Neues Leben bekommen. Und, äh, ich glaube... Diese, diese Hinweis... Mit den Blumen... Ist der hier gemeint? Irgendwo zwei blaue Blumen? Die quasi ein geheimes Versteck... Hier. Hier. Da hat ja auch was durchgeschimmert. Da sind noch Noten, ja. Ob es die letzten sind? Nein. Doch, 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 doch. Da sind noch zwei Noten. Ja, wir haben alle Noten. Hi. Tschüss, mein Freund. Wir haben alle Noten. Verdammt, yes. Eil. Ist das schön. Und da haben wir noch ein Puzzleteil. Hey, ist das geil oder was? Jawoll. Wir kommen voran, Leute. Sehr schön. Ich freue mich gerade mega. Wir haben alle Jinjos. Wir haben alle Noten. Was waren das da oben? Ich habe da das Blaues gesehen. Das war, glaube ich, wie der Himmel da durchgeschimmert hat. Hier ist noch einer von den Mumbos. Mega. 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 So, jetzt noch vier Puzzleteile. Die wir einfach so irgendwo finden müssen. Eins davon ist 100 pro in hier Marco Kucos Gesicht. Sagt ja auch die Fee. Na, und wir haben ja auch schon so ein Hinweisbild gesehen, wo das quasi so angedeutet ist. Deswegen, ich war mir eigentlich schon sicher, dass das irgendwie so funktioniert, aber ich weiß nicht, warum es nicht geklappt hat. Wir waren irgendwie zu schlecht dafür. Oder es gibt noch ein anderes Bild. Das ist halt die Frage. Das ist halt die Frage. Aber gut. Wir sind erstmal ein gutes Stück weitergekommen und wir haben alle Noten und wir haben alle Jinjos. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert, denn dann müssen wir das halt nicht nochmal machen. Wir müssen das nicht nochmal sammeln. Das ist super viel wert. Das ist super viel wert. So, darunter müssen wir glaube ich auch nicht mehr. Wir haben jetzt eigentlich nur noch den Gang hier und die andere Seite. Ne? Die zwei Seiten. So, was war hier nochmal? Ich gehe jetzt nochmal. Ich gehe jetzt nochmal hier lang. Okay. Denn hier gab es ja auf jeden Fall auch noch solche Texte. Da oben ist ein Puzzleteil. So, hier haben wir auch einen Text. Und der Text, der ist folgendermaßen übersetzt. Touch des Rooms Ceiling. Also touch die Decke dieses Raums. Das habe ich ja schon alles übersetzt mit meiner Frau zusammen. Dementsprechend. So. Ah. Alles klar. Also sobald man die Decke berührt quasi, kann man schwimmen hier in dem Raum. Geil. Schön. Dann haben wir nämlich schon Puzzleteil Nummer 7 jetzt. Und wenn ich die Decke jetzt nochmal berühre. Beziehungsweise. Was ist, wenn ich jetzt hier rausschwimme? Bin ich dann einfach wieder... Jetzt bin ich wieder außerhalb. Jo. Geil. Ah, schön. Wie cool. So, dann kann ich... Ja, dann bin ich damit auch fertig. Fehlen nur drei Puzzleteile. So. Ich habe noch ein anderes. Wenn wir jetzt hier weiterlaufen, kommen wir ja zu diesem großen Geist, der da an dem Kartentisch saß. Den wir vor zwei Folgen oder so gesehen haben. Falls ihr euch erinnert. Und der hat halt gesagt, wir sollen durch die Bilder... Ja, bei den Treppen hüpfen. So. Und da ist halt auch das Bild ein... Ja, das Bild gehört auch dazu halt. Die Frage ist halt, wie komme ich denn... Wie komme ich denn zu dem Bild hin? Da komme ich halt nicht hin. Und ich bin halt der Meinung, dass das vielleicht ein Geheimnis beinhalten könnte, dieses Bild. Oh, da komme ich halt nicht hin. Wie soll ich denn das machen? Vielleicht... Warte mal. I don't see anything. Ah, ist das dumm. Ah, so könnte es was werden. Warte mal. Oder ging das gerade nicht? Yo. Da kommt man auch rein. Aber auch hier ist nichts drin. Schade. Ähm. Ich versuche es nochmal auf der anderen Seite. Denn das ist halt der Hinweis von der... Von dem großen Geist. In dem Kartenraum. So. Und hier ist ja auch nochmal dasselbe Spiel. Mist. Das war knapp daneben. Okay. Oh, das war es halt auch schon. Da ist nur ein Jumbo-Schädel drin gewesen. Ansonsten. Ha. Ansonsten passiert da nicht viel. Denn da stand halt... Warte mal. Ähm. Genau. Take a look behind the pictures on the stairs. Oder kann ich da... Ah. Guck mal. So kann ich auch machen. Ah. 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 Hinter die... Ah. Ja. Der hinter... Ah. Jetzt checke ich das. Okay. Okay. Da sind... Da sind die Karten abgebildet. Kann man mit den Karten vielleicht irgendwas machen? Okay. Wir haben jeweils drei Bilder. Das heißt, die müssten wir uns quasi einmal angucken und aufschreiben. Ah. Okay. Verstehe. 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 Okay. Wir fangen einfach mal ganz oben an. Also theoretisch... Ah. Das ist auch die Reihenfolge, ne? Je nachdem wie viele Geister. Weil das sind jetzt sechs Geister. Ja. Okay. Pass auf. Ähm. So. Ich habe jetzt sechs Geister. Es sind noch sechs Bilder. By the way. Das heißt, das ist die Reihenfolge wahrscheinlich. So. Sechs Geister. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und ich schreibe jetzt mal auf, was damit gemeint ist. So. Ist gleich. Zack. 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 So. Sechs Geister. Beinhaltet was? Sechs Geister ist Zelda... Zelda als Königin. So. Dann haben wir hier drei Geister. Drei Geister ist Zarya als Hube. Okay. Okay. Und ich schätze, da müssen wir vielleicht auf die Karten draufjumpen. Irgendwie so. So. Das sind zwei Geister. Ist halt doof, dass ich das jetzt dummer machen muss. Aber ich habe es jetzt eben erst gecheckt. So. Aha. Das ist wieder... Zwei Geister ist wieder Zelda. Das ist dieselbe Zelda, oder? Ich denke schon. Zelda als Green. Okay. Und da drüben müsste man jetzt theoretisch noch eins, vier und fünf haben. Hä? Ja. Okay. Sau geil, das Rätsel. Also man muss es halt erst checken, ne? Man muss halt das übersetzen. Dann muss man das checken. Dann muss man das auskundschaften. Das muss man halt erst mal, äh, ja, für sich auf die Ketten bekommen. Ich habe ein bisschen gebraucht. Aber jetzt habe ich es. So. Vier. Vier Geister ist auch Zelda. Hä? Das ist alles dasselbe Bild, ne? Okay. Ne, hier haben wir einen Geist. Das ist Link. Als Bube. Und dann müsste man noch fünf haben. Und dann haben wir alle durch. Okay, cool. Cool, cool. Jetzt muss das nur noch Früchte tragen. Das Rätsel. Und das ist wieder Zelda. Also wir haben jetzt viermal Zelda. Viermal. So, genau. Dann kamen wir in den Raum. Der ist aber schon abgeschlossen, glaube ich. Hier hat man, glaube ich, erstmal nichts weiter mehr. Jetzt kann man in den anderen Raum, wo wir dann... hier rein und durchtauchen. Also das würde ich gerne noch machen, auf jeden Fall. Heute abschließend das Rätsel. Und dann haben wir noch ein Rätsel. Quasi mit, äh, dass wir dem ins Gesicht fliegen müssen, auf dem Porträt. Ich denke zumindest, dass das auf jeden Fall ein Puzzleteil gibt. Jetzt haben wir auch den Hinweis von der Fee bekommen. Und dann haben wir halt noch diesen Raum. So, ne? Und dann haben wir halt noch den Raum mit diesem, äh, Schachbrett, sag ich mal. Wir haben jetzt als erstes Link. Eins. Dann haben wir Zelda. Zaya. Und dreimal Zelda. Ha. Geil. Wir haben es gelöst, Leute. Saugut. Jetzt kommen wir hinter die ganzen Rätsel, Leute. Ich bin, ich bin so froh. Theoretisch haben wir dann alle Puzzleteile. Weil es fehlt jetzt noch das mit, äh, Mark Koko, ne? Mit dem, einmal ins Gesicht fliegen. Mit dem Entwickler quasi. Und einmal der Raum mit den, äh, mit dem Schachbrett. Mit den weiß gefließten Räumen. Mit dem weiß gefließten Raum. Und dann müssen wir, wenn da überall noch ein Puzzleteil drin ist, alles haben. Cool. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Und bis zum nächsten Mal. So Banjo Kazooie. The Jig is off time. Tschüssi.